Hallo, willkommen zu unserem neuen Demenzei, hier im Dialog- und Transferzentrum Demenz an der Uni Witten-Herdecke. Das letzte ist schon relativ lange her, umso mehr wird es Zeit dafür, dass wir wieder Neues machen. Was ganz spannend ist, als wir dieses angekündigt haben, nämlich ein Demenzei zum Thema Wissenstransfer oder auch mit dem Untertitel, ist die Pflege eine lernfeindliche Umgebung. Es gab schon direkt die ersten Kommentare, also wir haben das Gefühl, dass wir hier tatsächlich einen Nerv getroffen haben. Worum geht es heute? Also, stellen Sie sich folgende Situation vor. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen sich ein altes Haus und in diesem Haus werden neue Kabel verlegt. Und der Elektriker, der die Kabel verlegt, legt so Kabel wie vor 40 Jahren. Das heißt, Sie haben anstatt dreiadrige, zweiadrige Kabel und diese Kabel sind am besten auch noch mit so einem Stoff ummantelt. Da würden Sie sich natürlich zu Recht beschweren und würden sagen, so kann man heute nicht mehr arbeiten. Jetzt mache ich mal den Überschlag. Stellen Sie sich vor, Sie haben vor 30 Jahren Altenpflege, sind staatlich anerkannte Altenpflege, haben Altenpflege gelernt. Und Sie könnten theoretisch heute noch, ohne irgendeine Fortbildung in diesem Bereich, heute noch arbeiten, ohne jemals, wie gesagt, eine Fortbildung besucht zu haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, woran liegt das zum einen und woran liegt es zum anderen, dass nicht jede eine Richtung, aber auch jeder Altenpfleger, jede Altenpflegerin selbst darauf dringt, sich fortzubilden. Wenn man über Wissenstransfer und auch die sogenannte Implementierung von Wissen, das heißt also das, was man erlernt, die Anwendung dessen in die Praxis sich unterhält, muss man sich drei verschiedene Dimensionen oder drei verschiedene Teile eines Prozesses vorstellen. Der erste Teil ist natürlich, dass neues Wissen generiert werden muss, wenn es dem neues Wissen geben soll. Das heißt, was wir heute, insbesondere die Pflegewissenschaft, aber auch andere Disziplinen in der Versorgungsforschung machen, die versuchen neues Wissen auch gerade im Bereich der Versorgung Demenzerkrankter zu generieren. Das ist immer noch im Vergleich zu Grundlagenforschung in diesem Bereich relativ wenig, wird aber immer mehr. Der zweite Punkt, wenn es denn dieses neue Wissen gibt, stellt sich die Frage, wie wird das vermittelt? Also wie landet dieses Wissen bei den Praktikern? So, jetzt ist es natürlich so, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Ihnen so ähnlich geht, wie es mir früher gegangen ist, als ich noch in der Altenpflege gearbeitet habe. Ich habe mich nicht abends um 10 Uhr hingesetzt und habe mir das American Journal of Alzheimer's Disease durchgelesen, nachdem ich im Altenheim meine Spätschicht gemacht habe oder auch meine Frühschicht. Das heißt, die Frage ist, wie wird dieses Wissen, was neu geschaffen wird, vermittelt an die Praxis? Und das ist doch erstaunlich beispielsweise, dass vieles der Forschung, die gemacht wird in diesem Bereich, die ja eigentlich für die Praxis sein soll, dann wiederum zwar von Steuergeldern gefördert wird, aber diejenigen, die sie durchführen, in Anführungszeichen nicht dazu gezwungen werden, dies auch in einer Sprache auszudrücken, dass es die Menschen, für die es ist, am Ende verstehen können und anwenden können. Gut, dafür haben Sie in den letzten Jahren das Dialog- und Transferzentrum zumindest zum Teil gehabt, aber das reicht natürlich nicht aus. Der dritte Teil ist dann der, wenn dieses Wissen, was jetzt neu generiert worden ist, beispielsweise oder in der Praxis angewendet werden soll, dann stellen wir immer wieder fest, dass es zwar Pflegende gibt, die sich fort- und weiterbilden, denen es aber nicht gelingt, dieses Wissen in der Praxis anzuwenden. Und das liegt nicht nur an den Pflegenden, sondern es liegt oftmals daran, dass sie, wenn sie etwas neu oder etwas ändern wollen in der Praxis, so umwandeln müssen, dann müssen sie natürlich in einem Milieu arbeiten, was auch gewillt ist, sich zu verändern, was also nicht nur Angst vor Veränderung hat, die vielleicht erstmal natürlich ist, eine Angst vor Fremden, aber sie muss zumindest ein Milieu bereithalten für sie, in dem sie und in dem sich ihre Arbeit entwickeln kann. Und das ist bei Weitem nicht immer so und wir sollten uns vielleicht alle mal fragen, woran das liegt, aber es reicht eben halt nicht, eine Person auf irgendeine Fortbildung zu schicken und dann holt man die zurück und die soll das dann 300 anderen Leuten beibringen, die in der Einrichtung arbeiten oder auch nur 10 Leuten arbeiten. Aber es hat sicherlich auch noch viele, viele andere Gründe. Es ist nämlich bei Weitem nicht so, dass sozusagen die Einzigen, die unter Umständen nicht das Milieu gestalten, die Einrichtungen sind, also die Einzigen sind, die sozusagen verhindern dadurch, dass Wissen in der Praxis landet, sondern es sind häufig auch die Pflegenden selbst. Denn bei Weitem nicht jeder Pflegende ist gewillt, sich fort- und weiterzubilden. Und bei Weitem nicht jeder Pflegende ist gewillt, einem anderen zuzuhören, der von einer Fortbildung kommt, um ihm was Neues zu erzählen oder ihn zu animieren, Dinge umzuändern. Das heißt, häufig sind wir Pflegenden selbst, das ist zumindest unsere Erfahrung, auch das, was wir aus Telefonaten und Gesprächen mit Pflegenden hören, häufig auch eine Barriere. Also es ist bei Weitem nicht immer nur die Einrichtung. Wir kennen Einrichtungen, die sehr wohlgewillt sind, Änderungen durchzuführen, aber da liegt es an den Pflegenden, die diese Änderungen nicht durchführen. Merkwürdigerweise ist es im Beruf der Pflege noch immer so eben halt, wie ich zu Beginn sagte, dass sie sich nicht fortbilden müssen. Es gibt andere Länder, da wird ihnen quasi die Lizenz entzogen, wenn sie nicht so und so viel Fortbildung gemacht haben. Ob das der richtige Weg ist, ich vermag es nicht zu beurteilen. Ich glaube schon, dass das ein guter Weg ist, dass man manchmal auch so solche Menschen dazu zwingen muss. Aber was nicht sein kann, ist, dass es sozusagen überhaupt nicht in irgendeiner Weise befördert wird, diese Fortbildung, außer sie haben halt eine Einrichtung, die das unbedingt will. Wenn ich Ihnen einmal erzählen mag, oder ich möchte Ihnen mal ein paar Punkte erzählen, was uns Pflegende sagen, warum sie beispielsweise oder warum sie ihre Organisation oder das ganze Feld, in dem sie arbeiten, für eine lernfeindliche Umgebung halten. Wir erfahren, also vor kurzem, vor ein paar Tagen, habe ich noch mit jemandem telefoniert, der mir wiederum erzählte, dass man ihn immer wieder vertröstet hat. Man hatte ihm zu Beginn versprochen, dass er eine geräumte psychiatrische Zusatzausbildung machen kann, wenn er dort in diesem Altenheim arbeitet. Und man hat ihn dann immer wieder vertröstet, Jahr für Jahr vertröstet, dann immer wieder mit den Worten, dass eben keine Zeit dafür wäre und dass man im Moment zu wenig Personal hat, um ihn oder sie dann noch auf eine Fortbildung zu schieben. Was wir auch immer wieder erleben, ist, es gibt ja so etwas wie Bildungsurlaub. Bei Einrichtungen über zehn Mitarbeitern in Nordrhein-Westfalen sind das alleine fünf Tage im Jahr, die Sie für Bildungsurlaub verwenden können. Nicht alle, aber wenn Sie das entsprechend beantragen, ich empfehle Ihnen einfach nur, diese Zeiten auch zu nehmen und sich nochmal kundig zu machen, bei Ihrem Betriebsrat, bei Ihrer Mitarbeitervertretung oder wie auch immer, oder bei der Gewerkschaft, beim Berufsverband, was es dort alles gibt. Was wir aber eben, das habe ich vorhin schon mal kurz angedeutet, auch erleben, dass es Widerstände innerhalb der Pflege gibt und dass Menschen, die sich fortbilden von Kolleginnen und Kollegen, nicht besonders hoch angesehen werden. Sondern es ist dann jemand, ach ja, die weiß ja alles oder der weiß ja alles, ja, und der ist ja nur auf Fortbildung und so weiter. Das ist eben nicht so, dass die Kolleginnen und Kollegen es immer auch unbedingt alles gerne sehen, dass man so etwas macht. Also die Welt ist eben halt wie immer nicht so einfach. Es liegt eben nicht nur an den bösen Einrichtungen, die mich nicht lassen, und an den bösen Umständen, sondern ganz viel am Bepflegende auch damit zu tun, spätestens in dem Augenblick, wo wir nicht dafür kämpfen, das auch machen zu können. Auf der anderen Seite, und da wird in einem Heimvertrag oder in anderen Versorgungsverträgen unterschrieben, dass die Pflege nach dem State of the Art, also nach dem Stand der Günste, durchgeführt werden muss. Das kann ich aber nur, wenn ich mich fortbilde. Was wir nun wissen wollen von Ihnen, was wir im Rahmen dieses Demenzeis mit Ihnen besprechen wollen, ist, wie Ihre Erfahrungen sind. Ich glaube, dass wir aus der Praxis auch dort viel lernen können und überhaupt mal einen Überblick bekommen können, wie es denn wirklich aussieht. Darum stelle ich Ihnen jetzt wieder, wie immer, zum Ende des Demenzeis zwei Fragen. Wie immer ist es auch so, dass man ein Buch bekommen kann, nämlich die erste, die zehnte und die zwanzigste Einsendung, kann ein Buch im Wert von 30 Euro, oder wird ein Buch im Wert von 30 Euro erhalten. Sie werden das von uns dann erfahren, wir werden sie anschreiben. Wichtig noch, bei allem, was Sie sagen, was Sie uns sozusagen mitteilen, ist es so, dass das alles natürlich anonym behandelt wird. Das heißt, selbst wenn wir diese Dinge zusammenfassen nachher, was dabei herausgekommen ist, wird man sie namentlich sozusagen dort nicht erkennen können. Wir werden das natürlich anonymisieren, sodass Sie keine Sorge haben müssen, wenn Sie auch vielleicht über Ihre Einrichtung oder von Kollegen und von Ihrem persönlichen Umfeld berichten. Die zwei Fragen. Frage 1 ist relativ allgemein, aber ich möchte gerne wissen von Ihnen, welche Erfahrungen haben Sie mit diesem ganzen Bereich Fort- und Weiterbildung, also wenn Sie ein Interesse an Fort- und Weiterbildung haben, in Zusammenarbeit mit Ihrer Organisation, mit Ihrer Institution gemacht? Woran hat es gescheitert? Warum hat es vielleicht besonders gut geklappt? Was auch immer. Das heißt eher allgemein, also welche Erfahrungen haben Sie im Fort- und Weiterbildungsbereich selbst persönlich gemacht? Die zweite Frage ist eine Frage, die uns nochmal in einem besonderen Maße interessiert, nämlich es gibt ja unterschiedliche Arten der Wissensvermittlung. Also wenn Sie Fort- und Weiterbildung gemacht haben, dann erleben Sie das, indem Sie vielleicht Tagungen besuchen und dort bei Vorträgen zuhören, indem Sie Workshops machen. Es gibt so etwas wie Blended Learning bei Weiterbildung. Das heißt, Sie haben Präsenzzeiten, wo Sie etwas lernen, wo Sie da sind und dem Dozenten, der Dozentin gegenüber sitzen und Sie haben Zeiten, in denen sozusagen in digital etwas mitgeteilt wird. Oder es gibt so etwas wie Training on the Job, wo ein Coach mit Ihnen mitgeht bei der Arbeit. Also unsere Erfahrungen sind, welcher Art Fortbildung, Fort- und Weiterbildung oder mit welcher Art Fort- und Weiterbildung haben Sie die besten Erfahrungen gemacht? Sie können uns auch schreiben, womit Sie die schlechtesten Erfahrungen gemacht haben, aber was uns wirklich interessiert und wenn wir es mal positiv angehen, ist zu erfahren, womit haben Sie die besten Erfahrungen gemacht? Was haben Sie gelernt? Was ist Ihr Weg, wie Sie am besten neues Wissen aufnehmen? Das sind unsere beiden Fragen. Abgabe oder Einsendeschluss ist der 7. Oktober diesen Jahres. Wir freuen uns auf Ihre Antworten und bis bald. Tschüss. Wir freuen uns auf Ihre Aufmerksamkeit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020